In diesem Video erkläre ich dir das Krankheitsbild der Splenomegalie, also der Milzvergrößerung. Hierzu erkläre ich dir genauer die zugrunde liegenden Erkrankungen, Diagnostik und die Therapiemöglichkeiten. Als Splenomegalie wird in der Medizin die Vergrößerung der Milz über ihre normalen Maße hinaus bezeichnet. Sie ist ein Untersuchungsbefund, der bei verschiedenen Erkrankungen gefunden werden kann. In Frage kommen hämatologische Erkrankungen wie z.B. eine Leukämie oder auch Lymphome, Infektionen mit Bakterien oder Viren, z.B. im Epstein-Barr-Virus, sowie aber auch rheumatische Erkrankungen, Speicherkrankheiten und Erkrankungen, die einen Blutrückstau in die Milzvene verursachen, vor allen Dingen bei der Leberzirrhose. Die Diagnose der Splenomegalie erfolgt in der Regel durch eine Ultraschalluntersuchung. Eine Splenomegalie kann zu einem sogenannten Hypersplenismus führen. Die gesunde Milz filtert hierbei das Blut und sortiert alte rote Blutkörperchen aus. Ist sie vergrößert, kann sie Blutzellen einlagern und einen allgemeinen Mangel an Blutzellen verursachen. Dies bezeichnet man dann auch als sogenannte Pansotypopenie. Die Therapie des Splenomegalie und des Hypersplenismus erfolgt durch die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung. In seltenen Fällen muss die vergrößerte Milzchirurgisch entfernt werden. Dies wird dann als Splenektonie bezeichnet. Die Splenomegalie kann Symptom verschiedenster Erkrankungen sein. Dies können neben Hämatomen als Folge von Traumata unter anderem hämatologische und auch lymphatische Grunderkrankungen wie zum Beispiel Leukosen, eine Polycytomia vera, eine essentielle Thrombocytomie, ein Lymphom, Morbus Castleman oder auch eine Leukämie sein. Auch akute oder chronische Infektionen, wie beispielsweise mit dem Epstein-Barr-Virus oder auch Malaria, können Splenomegalien hervorrufen. Ein akuter und chronischer Blutrückstau aus der Pfortader, wie bei einer portalen Hypertonie, einer Milzvenenthrombose oder auch der Rechtsherzinsuffizienz, kann ebenfalls ursächlich sein. Darüber hinaus bestehen zahlreiche weitere Krankheitsbilder, bei welcher ebenso eine Splenomegalie auftreten kann. Die Diagnose wird in der Regel durch Ultraschall, Kernspintomographie und oder Computertomographie gestellt. Neben einer Messung der Milzgröße erlauben diese Untersuchungstechniken auch eine bildliche Darstellung der inneren Struktur der Milz und können Hinweise über die zugrunde liegende Erkrankungen liefern. Bei der körperlichen Untersuchung kann sich neben einem lokalen Druckschmerz unterhalb des linken Rippenbogens eine vergrößertastbare Milz darstellen. Splenomegalien können zu einer Überdehnung des Milzgewebes und somit auch zu einer spontanen Milzruptur führen, welches ein Notfall ist. Klinisch zeigen sich hier in Abhängigkeit vom Blutungsausmaß ein hämorrhagischer Schock sowie auch Schmerzen im linken Oberbauch. Die Diagnose hier wird ebenfalls durch Ultraschall- oder Computertomographie, also CT, gestellt. Die Therapie einer Splenomegalie beinhaltet zunächst die Therapie der jeweiligen Grunderkrankung. Kommt es zu einer Ruptur, ist eine Splenektomie angezeigt, also eine Entfernung der Milz. Die Therapie einer Splenomegalie beinhaltet zunächst die Therapie der jeweiligen Grunderkrankung. Die Therapie einer Splenomegalie beinhaltet zunächst die Therapie der jeweiligen Grunderkrankrankung. Untertitelung des ZDF, 2020